Kennen Sie den Begriff Test-Wiseness? Es gibt TeilnehmerInnen, die gewisse Strategien anwenden, um die richtige Antwort zu erraten. Diese Fähigkeit zur Ermittlung von korrekten Antworten in einer Prüfungsfrage, ohne die richtigen Antworten zu kennen, nennt man auch Test-Wiseness. Deshalb sollten Sie bei der Entwicklung Ihrer Optionen wichtige Qualitätskriterien berücksichtigen, die ich Ihnen gleich anhand von Beispielen demonstrieren werde. Um die Wahrscheinlichkeit des Erratens einer richtigen Antwort zu verringern, sollten Sie mindestens drei Antwortoptionen anbieten. Diese Zahl an Optionen ist statistisch gesehen ausreichend, um das Bestehen der Prüfung durch Versuch und Irrtum zu erschweren. Drei Optionen sollten Sie daher mindestens einsetzen, um die Ratewahrscheinlichkeit zu senken. Selbstverständlich können Sie gerne mehr Optionen einsetzen. Üblicherweise werden vier Optionen verwendet. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Distraktoren dann auch plausibel sind. In dieser Frage ist das leider weniger gut gelungen. Wozu wird in der Programmierung ein Debugger eingesetzt? a. Zum Kühlen von Prozessoren b. Zum Finden von Programmierfehlern c. Zum Lesen von Speichermedien oder d. Zum Überschreiben von Funktionen. Wenn von Programmieren die Rede ist, wird ein Debugger wahrscheinlich nichts mit der Kühlung von Prozessoren oder dem Lesen von Speichermedien zu tun haben. Durch das taktische Ausschließen dieser Optionen bleibt uns am Ende eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, den Key zu ermitteln. So etwas müssen Sie unbedingt verhindern. Wählen Sie daher plausible Distraktoren, die für die richtige Antwort gehalten werden können, wenn jemand die Antwort zu erraten versucht. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass dies für alle Distraktoren der Fall sein muss. Sehen wir uns an, wie wir diese Prüfungsfrage verbessern könnten. Wozu wird in der Programmierung ein Debugger eingesetzt? a. Zum Verbessern der Laufzeit b. Zum Finden von Programmfehlern c. Zum Aufspüren von Sicherheitslücken oder d. Zum Überschreiben von Funktionen. Die zwei neuen Distraktoren zum Verbessern der Laufzeit und zum Aufspüren von Sicherheitslücken überzeugen als potenziell korrekte Antwortmöglichkeiten. Alle Distraktoren haben nun einen stärkeren Bezug zum Programmieren. Manchmal kann es Ihnen auch passieren, dass Sie versehentlich Lösungshinweise in Ihre Frage einbauen. Diese ungewollten Hinweise nennt man auch Clues. In dieser Frage hat sich so ein Clou versteckt. Vielleicht finden Sie ihn. Einen besonders talentierten Musiker nennt man auch einen a. Virtuosen, b. Gourmet, c. Ästheten oder d. Korrifäe. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass in der Frage ein sprachlicher Hinweis die Lösungsmöglichkeiten eingrenzt. Der unbestimmte Artikel einen passt nur zu Virtuosen, Gourmet und Ästheten. Das Einsetzen von einen Korrifäe würde keinen grammatikalisch richtigen Satz ergeben. Wiederum gelingt es uns, die potenziell richtigen Optionen taktisch einzugrenzen. Diese Frage kann aber ganz einfach verbessert werden. Einen besonders talentierten Musiker nennt man auch einen oder einer. Fügen Sie einen unbestimmten Artikel hinzu, der auch zu den übrigen Optionen passt. Im Fragestamm wurde einen durch einen oder eine ersetzt. Als nächstes habe ich ein sehr interessantes Beispiel, mit dem ich Ihnen gerne ein weiteres häufiges Problem zeigen möchte. Worauf ist beim Schreiben einer Inhaltsangabe zu achten? a. Immer im Präteritum bleiben. b. Durchgehend sachlich schreiben. c. Niemals die indirekte Rede verwenden. Wenn Sie in den vorherigen Lektionen gut aufgepasst haben, wissen Sie bereits, was an dieser Frage problematisch ist. Es sind die Wörter Niemals und Immer. Mit ihnen werden absolute Aussagen gebildet, die meistens auf Distraktoren hindeuten. Durch solche Absolutaussagen lassen sich leicht Distraktoren erzeugen, jedoch erkennen die TeilnehmerInnen eher, dass es sich um einen Distraktor handeln könnte. Vermeiden Sie daher absolute Aussagen. Sie sehen in der überarbeiteten Frage, dass die Distraktoren glaubwürdiger erscheinen, nachdem die Wörter immer und niemals entfernt wurden. In der vorherigen Lektion haben Sie bereits gelernt, dass der Fragestamm keine Negationen enthalten soll. Das gilt auch für die Optionen in Ihrer Frage. Einfache oder doppelte Verneinungen können die TeilnehmerInnen verwirren, wie auch in dieser Frage hier. Wie Sie hier sehen, gibt es in Option A und Option B doppelte Verneinungen. Diese sind schwer verständlich und können zu Missverständnissen führen. Aber auch schon einfache Verneinungen können irreführend wirken. Daher sollten Sie Verneinungen, wenn möglich, vermeiden. Achten Sie also darauf, Ihre Optionen positiv zu formulieren. Wenn sich Verneinungen nicht vermeiden lassen, heben Sie Wörter wie NICHT, FETT gedruckt oder im Großbuchstaben hervor. Sie könnten die Optionen folgendermaßen ändern. A. Erste Hilfe zu leisten ist gesetzlich verpflichtend. B. Auch bei fehlenden Kenntnissen ist erste Hilfe zu leisten. C. Falsche Erste-Hilfe-Maßnahmen können strafbar sein. Sie sehen hier, dass die Aussagen deutlich und unmissverständlich formuliert wurden. Auf Verneinungen mit NICHT wurde verzichtet. Darüber hinaus sind die Aussagen auch homogener, da zuvor nur in Option A und B eine doppelte Verneinung enthalten war. In Option C war eine einfache Verneinung enthalten. Sie werden feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, gute Distraktoren zu finden. Viele PrüferInnen neigen dann dazu, die Optionen alle der oben genannten oder keine der oben genannten in Single-Choice-Fragen zu verwenden. Seien Sie hier vorsichtig. Sie könnten den TeilnehmerInnen unbeabsichtigt Hinweise geben. Ich zeige Ihnen hier nochmals die gleiche Frage, in der die Option C mit dem Text alle der oben genannten Aussagen ausgetauscht wurde. Nehmen wir an, ein Teilnehmer oder eine TeilnehmerIn weiß mit Sicherheit, dass Option A falsch ist. Folglich kann auch Option C ausgeschlossen werden. Option B bleibt als die einzige Aussage übrig. Die Option alle der oben genannten sollte zudem nicht nur dann verwendet werden, wenn die Aussage falsch ist. Gelegentlich sollte diese Option auch die richtige Antwort sein. Typischerweise steht diese Antwortmöglichkeit als letzte. Sie müssen also in Ihrem Prüfungsprogramm ausstellen, dass die Optionen automatisch gemischt werden. Achten Sie ebenfalls darauf, die Antwort Alternativen homogen zu halten. Sie sollten gleich lang und ähnlich komplex formuliert werden. In dieser Frage ist es nicht gut gelungen. Was ist ein HTTP-Cookie? A ein Protokoll, B eine Verschlüsselung, C ein Zertifikat oder D eine Textinformation, die Daten zu einer Webseite speichert. Option D ist die längste aller Optionen. Die Formulierung wirkt zudem sehr durchdacht. Es handelt sich auch tatsächlich um die richtige Antwort. Wenn wir die Optionen homogener gestalten, ist es nicht mehr so offensichtlich. A ein Protokoll, das den Austausch von Daten regelt. B eine Verschlüsselung, die vor unbefugter Einsichtnahme schützt. C ein Zertifikat, das die Authentizität einer Webseite garantiert. D eine Textinformation, die Daten zu einer Webseite speichert. Alle Optionen sind ungefähr gleich lang und enthalten einen Relativsatz, welcher mit das oder die eingeleitet wird. Option D ragt hier nicht hervor, sondern mischt sich unter viele ähnliche und plausibler Distraktoren. Fassen wir die Leitlinien noch einmal in Kürze zusammen. Prüfen Sie Ihre Frage auf unbeabsichtigte Hinweise. Vermeiden Sie absolute Aussagen und Negationen in den Optionen.